Einen Killer wird er wohl spielen. Ich denke... Ich denke, ein Starthkiller. Oder Doktor. Das oder ein Doktor. Oh, wer kriegt jetzt Ärger von euch? Habt ihr schon gesehen? Hat jemand Katze mit? Nö, ich hab Katze mit dir. Ich tipp auf Meyers eigentlich bei Ende. Ja, es ist Meyers. Ja, es ist Meyers. Zack, von hinten werde ich gekürzt. Toll, dass du mir Bescheid sagst. Ah, ich... Ich weiß, was er spielt. Er spielt Spiegel Meyers. Er spielt Spiegel Meyers. Er spielt Spiegel Meyers. Alter, er hat gesagt. Ich hab das auch nicht gesehen, Alter. Er spielt Spiegel Meyers. Er kann uns alle sehen. Er kann uns alle durch die Wände sehen. Und er hat Ruin dabei. Wir müssen Ruin finden. Er sieht uns einfach. Ja, aber... Er ist langsamer, ne? Ein bisschen. Er kommt übrigens wieder. Er ist auf dem Weg hierher. Weg, weg, weg. Zu euch. Piu, 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 piu. Er spielt Spiegel Meyers. Ich find's lustig. Ach man, komm, hör auf, rumzuheulen. Such's tot und mach's kaputt. Trepp reagent. So soll man das machen. Bleib, 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 bleib. Hör auf, dich so zu pikieren. Schön ruhig, ohne Heartbeat. Ohne irgendwelche großartige Verfolgungsmucke. Hä? Ne, Verfolgungsmucke ist trotzdem. Echt? Kannst du nicht callen, dass er kommt? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich auch nicht. Wir müssen das Totem finden. Er hat das Totem, fuck, Alter. Er hat Ruinen. Wir kriegen keinen Gen fertig, wenn er sich dauernd anschleicht. Ich hab keinen Totem. Es ist klar, dass du keinen Totem hast. Wo denn? Du bist trotzdem kaputt. Wo bist du? Ich hab einen Umring machen. Nein! Oh! Bei mir ist das Totem. Oh, geil. Ja. Da, wo ich guck. Glaub ich. Mit so drei Totenschädeln. Er sieht dich. Du brauchst gar nicht da rumkriechen. Er sieht dich. Ich werde da durch. Hilfe! Oh, ne. Hier ist ein Loch. Er geht zurück zum... Zu Wax. Wax Pfannkuchen. Wax Pfannkuchen, mein Herr. Lenkt ihn ab. Holt ihn weg. Es wächst ziemlich mit Karma, dann mit Pfannkuchen. Ja, immer so. Ja, richtig so. Hau mir die Palette in die Fresse. Hier ist es. Hier ist es. Wer wird das Totem... Wer wird das Totem jetzt protecten? Ja. Ist er hinter euch her? Meines Totem. Er ist hinter mir her, ja. Ist das dieses Wachsam? Das... Nein. Ich hab's bei ihm einfach nicht. Bei jemand... Ja, das ist Spiegelmeiers. Hau ab! Ah, ja. In die Fresse rein. Mich erst mal. Wer hat... Wer... Wer hat hier wen geblockt? Ich bin gerade ausgelaufen. Du läufst erstmal vor mich. Ich wollte weglaufen. Ich auch. Der war direkt hinter mir. Es... Es... Oh nein! Hunted Ground, verdammt. Er haut uns jetzt mit dem Wunsch. Oh. Das war das falsche Totem. Oh, ist das ne Fiese. Es ist mega OP, aber eigentlich ist er ein bisschen langsamer als normaler Killer, ne? Es sei denn, at save the best for last mit dabei. Äh, nicht save the best for last, sondern... Ich halte dich kurz. Okay, lauf ruhig weg. Alter. Wie ist das? Warum lässt er mich nicht? Ah ja, pass auf. Er kommt. Okay. Let's go. Ich bin der ganze... Ich bin der ganze Zeit hinten. Ich mach mal mit. Er geht runter. Er geht runter. Er kommt... Er kommt garantiert gleich hier hoch. Ach egal. Wir machen das. Gehst du da gucken? Okay. Weg, 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 weg. Alter, spiegel immer erst, du kacke. Warum zu heulen? Das sagt derjenige... Das sagt derjenige, der Spirit spielt, weißt du? Und camp. Naja, ne? Soll ich dich heilen? Der, der vor mir läuft? Keine Ahnung. Niemals. Ja. Geil, Alter. Spiel, meis. Kacke. Nein, nein. Weg. Geil weg, Yael. Niemals. Haha. Nein, er hat mich. Nein. Habt ihr keine Bomben dabei oder so? Ich hab meine Bomben am Anfang geworfen. Nein. Karma. Nein, Alter. Das ist aber so knapp. Da kannst du schön Hook-Rettung machen. Das ist einfach nur Karma, weil ich die ganze Zeit vor ihm ähm... Oh, er hat mich losgelassen. Ich muss wegkrabbeln. Das ist eher nett. Er kommt zu dir. Er hat dich durch die Wand gefroren und kusst. Wer denn? Wer denn? Wer denn? Wer denn? Wer denn? Wer denn? Der Tote. Die zwei genockten da. Warte, warte, warte. Oh mein Gott! Der Karma hat mich geflickt. Ich hab echt Backflip gemacht. Adi, 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 adi. Adi, 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 adi. Oh, hier ist ein Hook. Ich bin in die anderen gekrabbeln. Nein. Warte, bleib, 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 bleib. Warum bist du nicht voll geheilt? Ja, weil ich weggekrabbelt bin. Warum machst du sowas? Weil ich ganze Zeit gekrabbel. Das ist Blödsinn. Heil dich doch voll. Das ist Strat. Was für eine Strat. Uns umzuregen. Ja, genau dies. Los, komm vor. Los, sucht uns eine Palette. Ihr Hühnchen. Kommt. Und dann alle drei zusammen. Dann heilen wir uns da. Gut. Alter. Kann ich dich über leilen? Alter. Alter. Alter, der Typ. Ah, 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 ah. Ich guck ganz genau, aber auf einmal steht ihr da. Guck, guck. Oh, hier unten. Ja, Mann, er kommt wieder. Er kommt, er kommt. Ja, natürlich, Alter. Wir tanken, wir tanken, wir tanken. Wiggle. Wiggle, Wiggle. Jetzt bist du dran, Karma. Ich bin wirklich, was das Volk hält, Alter. Okay, es bringt nichts. Oh nein, nein. Ich muss dich auch schärmen lassen. Okay, such die Hedge. Und? Irgendwo. Er hat Wallhacks, aber ich werde es schaffen. Er hat Wallhacks, aber ich werde es schaffen. Er hat bestimmt auch viel zu bauern. Spiegelmeyer ist schon, aber es geht nur auf kleinen Maps. Du musst halt eben wissen, dass du eine kleine Map kriegst. Ansonsten Spiegelmeyer ist gar nicht so OP. Okay, hol mich, Karma, hol mich. Niemals. Humis. Jetzt. Humis. Ich schmeiß jede Palette um, die ich sehe. Ich habe Angst. Ich sehe ihn. Er sieht mich auf. Niemals. Los, Karma, hol mich runter. Niemals. Hol mich runter. Wir werden alle schwärmen. Gemeinsam. Oh, ich hau mich weg, ey. Achso, ich habe ja. Es war komplett lustig. Auf jeden, oder? So, ich muss überhaupt mal hier kurz wieder alles anmachen. Ich bekomme jetzt den Ehrenhaken im Keller. Was habt ihr? Fürst das Haar. Fichte. Ja? Als Spectator kann ich auch der Killer an sich zusehen. Ja, ja. Ich habe... So direkt im Gesicht. Ich habe leider vorhin nicht auf Spectator-Mut gedrückt. Ich Idiot. Ah, Ender. Ich weiß nicht, ob du schon wieder da bist. Monitor and Abuse, ja. Nice. GG's, Alter. GG's. Wir hatten eine Menge Spaß. Also, ich hatte eine Menge Spaß gerade gehabt. Ich habe so gelacht. Ich meine so, wen spielt er wohl? Gegen Spiegelmeier hast du gespielt. Ehrlich. So, jetzt random Map. Noch mal eine. Ja. Okay, noch, 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 noch.